Guten Abend, willkommen zur Horrornacht, ich bin nicht Fanny Fresh, aber seine zweite Hälfte, die deutsche Hälfte Und ich werde jetzt, ja, ein Horrorspiel spielen Da ist der Freshie Hallo So, dann fangen wir mal an, ne? Gut Sehen, ja, ja, okay, gut Ja, schon besser Hey Jason, thanks for coming out to see me, I appreciate it It'll be good to see you again I'll be in room 12, so, uh, I'll see you later Ja Ja Ne, da will ich nicht lang So, hier ist ein Fernseher Was ist das denn? Ist das alle Tiere oder was? Ja, da will ich schlau ein Stopp it! Stopp it! Stopp it! Stopp it! Stopp it! Wo ist der denn hingelaufen? Ich überpiss dich, man! Das war gar nichts! Das war eine normale Reaktion von mir! Hä? Jetzt geht doch... Ja, mal ab! Warum läuft der denn so langsam? Ah! Krass, Mann! Puh! So... Hä? Hm! Hm! Hä? Ey, diese Musik, ne? Hä? 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 dude Hä? Hä? Hä?? Hä? Hä? Mensch, wo war denn diese silberne Dings? Ne, von hier bin ich ja gekommen Ha? Da lang? Ne, von da bin ich ja gekommen Ja ja, aber da vorne kam es ja frei, ja Du musst ja zu diesem, dieser silberne Tür wieder Krass, gleich aus Tch So, warte Da? Ne, hier komm ich ja nicht weiter So, also geradeaus Hä? Oh, was ist das? Äh, ich weiß nicht, irgend so'n Zeug so'n Schmack Äh, ist aber nicht nett hier, ne? Fünfundfünfzig Zoll Guck mal links Guck mal links jetzt Ja, guck mal da rein kommst Ich will nicht Ach, hier ist doch dieser Bleppo langgelaufen Achso Und hier war ja der Schlüssel Denk, geh mal mal zurück und jetzt geradeaus Ehh 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 Da haben wir gar nicht Ja Hier? In der Haupt? Ja Nee Nee Da war sie auch Nee, da war... ja Hm Ehh Ey, ich raste hier gleich aus So, Waschbecken Ich war glaub... Naja, sieht aus wie zuhause, aber ich war hier schon Zuhause Ich schlieb in der Luft Höh Höh Da komm ich ja nicht weiter Bisschen Ja, von... Hä? Was denn? Hm Schmier Was denn? Waren wir hier schon? Eigentlich schon Hä? Das sieht ganz anders aus jetzt Wie grösser denn auch? Da haben wir noch nicht Boah, die können mir gegen die Radredigt die Flusen, alter Guck mal, geht da hoch jetzt Hä, wir sind irgendwas woanders Ah, ich glaub durch den Schlüssel ist der Tor Auf...gegangen Oh man ey Nee Was stehen die denn? Also noch ein Schlüssel Nee, nee, du kannst jetzt... versuch mal durchzugehen Hä? Kannst du es mit D aufmachen? Nee Ich hab nicht mal probiert Nee Nein, wir gehen jetzt woanders gucken Ich brauche einen Schlüssel Was war ein Schlüssel? Das war ja für die andere Tür Dann hast du eine Tür aufgemacht Ich denke ich mal Das denke ich mal Okay Geh lang Ich habe nicht mit erschrocken, alter Oh Mann, ey! Komm, komm! Nein, da, ein Schlüssel. Na, dann zum Bett. Nee. Oh Gott, ey! Ja. Oh Gott, ich hab Gänsehaut, Alter. Aber die Stahltür war jetzt nicht drin? Ja, aber da war noch ein Raum hier. Echt? Nee, von da kam sie? Nee, ich kam von... Da, von da kam ich. Was ist das? Ja, ich guck gar nicht hin. Oh mein Gott. Gar nichts, was schuld ist. Schau. Ich hab auch nichts gesagt. Jetzt kannst du bestimmt dadurch in die Tür kommen. Wie ist das, der Raumschub wieder so groß geworden? Nein, ja. Und der Raumschub ist ja nicht mehr aus. Hast du ihn? Hast du das gemacht? Ne, passiert dann. Maustaste oder was? Ich muss ja erst einen umbringen. Ich piss ein ey. Gut, dann... Ähm... Ja. Dann gehen wir nochmal... Vielleicht muss ich ja wieder ganz zurück. Du siehst hier gar nichts ey. Ja, geh nochmal ganz zurück. Vielleicht muss ich ja wieder zurück gehen. Das erinnert sich für alles. Aber da, guck mal jetzt nach rechts. Das ist nichts. Nicht da. Da, gehen wir mal mit. Oh, hier. Oh man, diese... Da, ha. Jetzt geht die Tür auf. Hey, Jason. Have you been seeing anything weird? I keep seeing this... Thing. I try to tell people. But nobody listens to me. They all look at me like I'm crazy. But you believe me, right? Jetzt ist er aufgegangen. Hey? Hm. 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 Dann geh mal wieder zum Gas zurück. Also hier ist nach unten und nach links. Dann geh mal wieder nach oben hin und dann gucken, ob sich da auch wieder verändert hat. Weil das Schlüssel jetzt gekommen und so war hier, so wie bei Maria vorher. utog Da da langne? Ja, genau. O, und das geht nicht. Vielleicht muss ich auch zwei Schlüssel finden. Oh, diese Welt. Mensch, wieso geht die Tür denn nicht hier? Kann man vielleicht durchgucken? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin bescheuert. So, jetzt aber hacken. Gas. Nein, was ich hier mache. Wenn du die Musik jetzt dazu hörst, hören würdest. Was ist das denn? Kommt doch eh gleich wieder, warte. Da lang? Da lang? Da? Oh Manni. Da leuchtet was. Ja, das ist das Bett. Ich habe nichts gesehen, aber die Musik. Oh Manni. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe nichts gesehen. Ja. Ja. Oh, mir ist ganz warm. Ich schwitze schon ey. Nein. Neh mein Freund, da ein. Da lang. Ich bin mir so ziemlich warm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum laufen die denn immer so, Mann? Mann, ey. Ich schwitze richtig, Mann. Meine Fresse, ey. Dreckspiel. Okay, dann unterhalte ich mal deine Zuschauer. Komm, hab ich um die Ecke geguckt? Ey, ey, geh mal hin. Nee, geh da nicht. Geh hin, geh hin, geh hin. Ja, okay. Die kommt mir, pass auf, 5 Euro, der kommt mir entgegen. Ey, ich schmeiß deine Tastatur weg, Alter. Nein, Mann. Das ist toll. Was ist denn mit ihm? Nee, ich geh da nicht, Mann. Okay. Was ist das? Nein, was ist das? Ja, okay, hau ab. Okay, ähm. Ja, das Spiel macht mir sehr Spaß. Ich hoffe, euch auch. Mann, ey. Oh Mann, Alter, ich kann nicht mehr, das Spiel ist das eigentlich doch okay. Ha, ha, mhm. Ich kann kein Englisch. Ja, aber das wird sicher nach Platz sein. Ich meine, die aliens tun da denn, die rennen ja nur dann halt vorbei. Ja, aber, ja, ja, ist wie Battlefield hier. Hey, frag mich von mir, ob iFans erschien. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Das beste Kommentar gewinnt. Da ist direkt ein Schiff. Einen signierten Schlimmer von mir. Und getragen von Fanny. So, ein Schlüssel fehlt uns noch. Und eine Sprache. Da haben wir es doch. So. So, bevor hier einer kommt, rede ich mit euch. Ja. Where are you here? Mhm. Was heißt das, Fanny? Ja, warum bin ich hier? Ist ne gute Frage. Weil... Fanny gesagt, hätte ich schon was oben gehen. Weil Fanny gesagt hat. Und witten, du erschreckst dich? Nein. So, gleich kommt eh einer. Ähm, ja. Ähm. Stay out of the vision. Ja. Mach rein. Mach rein. So. So. Wir klatschen da. Klatscht da? Ja. Und jetzt ist irgendwas wie ein Hund. Wie weit? Ich hab richtig Angst grad, man. Hört ihr das, Leute? Hört sich an, als ob er sich einen runter holt. Das ist hier bestimmt gleich dosig. Das Spiel ist eh gleich zu Ende. Ja. Go back. Es ist hier, es ist hier. Stay out of here. Ja. Ja, genau. Jason. Are you in the basement? Get out. That thing lives down there. You need to get out of the basement now. I need to get out of the basement now. I need to get out of the basement. I need to get out of the basement now. Come on, man. Let's fight. Come here. Come on. Oh, that music. Sieg. Ja, komm noch. Wo bist du? Na los. Hört das. Sieg. Ha. Sieg. 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 Alter, ich geh nur um. Oh Gott, nein! Wie? Wie, ich bin tot. So, jetzt seht ihr mich mal wieder. Ähm, ja. Ich würde sagen, die Bewertung machen wir jetzt erstmal. Ähm, ja, es ist ja immer ein Fünf-Sterne-System. Wie findest du das Spiel? Langweilig. Langweilig. Das war gut. Ich fand das voll scheiße. Ja, das war ein bisschen langweilig, dass immer nur einer kam. Ja, man erschreckt sich zwar ab und zu mal ganz kurz ein bisschen, aber... Guck dir mal, wie lächerlich das jetzt war mit dem irgendwie auf die Zucker. Das sah aus, als wenn der weiß ich was genommen hat, Alter. Ey, das ist zwar richtig schlecht. Also, ich geb dem Spiel zwei Sterne mehr. Höchstens nicht. Vielleicht, er kriegt einen Stern dadurch, dass er vielleicht mal ein bisschen was erschrocken hat. Zweite Sterne für die Musik bestimmt. Die war ziemlich doll, oder? Ja, die war gut. Und... Ja, man muss mehr passieren. Ja, man muss mehr passieren. Man muss ja Schlüsse suchen, blablabla. Man weiß gar nicht, was man machen muss und so weiter. Und denkst immer so, ja, hey, what the fuck, wo komm ich jetzt weiter? So, deswegen sag ich mal jetzt zwei Sterne, ne? Ja. Ja, zwei Sterne. Guck hier. So. Gut. Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ml